Hey Ho's, das ist ein Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanki Online. Wie sollte es anders sein? Heute auf mein... Hat das nicht... Ich glaube, das hat sich sogar gereimt. Willkommen auf meinem wunderschönen großen Account. Natürlich, natürlich. Und das sogar Premiere, gefühlt. Ich wusste gar nicht, dass ich diese Farbe hier habe. Aber mit der männlichsten Farbe, mit der original männlichsten Farbe ever in diesem Spiel, egal was da noch kommt. Und natürlich, wir gehen wieder rein in den Event-Modus. Bei so einer alten Farbe, da kann man ja nur... Oh, Welle. Oh, Welle. Ui, 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 ui. Ich glaube, ich kriege Rückenschmerzen. Ich bin zu alt für sowas. Herrlich, herrlich, herrlich. Bei so einer Farbe kann man einfach nur wieder in diesen tollen OG-Modus reingehen und ein bisschen Spaß haben. Dann schauen wir einfach mal, was heute so alles passiert, was uns so erwartet. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Und ich kann ja an dieser Stelle nochmal ganz, ganz, ganz flink und kurz betonen, folgendermaßen. Demnächst, ja, nicht mehr allzu lang, demnächst, da wird es ein kleines Jubiläum geben. Ja, das mag verwunderlich klingen, aber es ist so, ich... Smokey, Alter, wie ich diese Waffe liebe, ey, wie ich diese Waffe liebe, ne? Ich schieße auf die Gegner und diese Dreckskugeln fliegen viel zu langsam. Nun denn, aber gut, wie dem auch sei, also folgendes hat sich zugetragen im Lande des Tanki Online-Universums. Und zwar, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, da guck mal, da hat sich der Gegner gleich mal ins nächste Universum teleportiert. Herrlich, herrlich, ja. Geh nur, raus! Okay, ja gut, wie dem auch sei, also zum Thema Tanki Online-Universum. Nun denn, wie dem auch sei, jedenfalls, hey, demnächst, demnächst haben wir etwas zu feiern. Und zwar elf Jahre Tanki Online-Let's Plays, hier auf meinem wunderschönen Kanal. Und da habe ich ein bisschen was für euch, was ich mit euch besprechen möchte. Also deswegen, seid gespannt, achtet auf das Video, ihr werdet den Titel im Grunde eigentlich nicht übersehen können. Aber, achtet darauf, ich will hier nicht zu viel verraten. Eingefleischte Fans wissen, um was es geht, aber für alle anderen, die vielleicht nicht dabei waren, abwarten und Tee trinken. Tee ist auch ab und zu mal gut, ne? Also, ich mag, ich mag, ich mag Tee. Okay. Ich mag aber auch Marte. Martee. Na gut. So, was meint ihr? Kriege ich das nächste Ding? Kriege ich das nächste Ding hier? Oh mein Gott! Ah! Oh mein Gott! Oh, wie in alten Zeiten. Oh mein Gott! Oh, nee! Nee! Was ist denn heute los mit mir? So viele Goldboxen habe ich ja nicht mal in einem ganzen Jahr gefangen. Oh, ich glaube, das Mikrofon übersteuert komplett, aber das ist mir egal. Wie in einer guten alten Zeit. Ich nehme am besten noch wieder mein Rauschel-Mikrofon. Ah, kennt ihr das noch? Das schöne alte Rauschel-Mikrofon? Ja, das... Oh mein Gott! Diese Schlacht wird hier mit 0 zu 0 enden, weil einfach die ganze Zeit irgendwelche Goldboxen fallen. Ey, Kollege! Verfatzt er mal hier? Äh, ich glaube, das... Ach, Mist! Schade. Ja, Glückwunsch, Glückwunsch. Man muss ja auch mal teilen, wa? Oh! Mayday! Ha! Ja, man muss ja auch mal teilen. Das ist in Ordnung. Ist okay. Ich habe... Ich mache mal drei Goldboxen, ja? Was will ich denn mehr? Jetzt mal ehrlich. Also... Ich habe nicht mal eine erwartet, ja? Ich habe nicht mal eine erwartet. Oh, das war lustig. Das war echt cool. Ey, noch eine? Ach, herrlich. Ich brauche nichts mehr, ne? Also, wirklich, ich bin hier gerade völlig zufrieden. So, wo ist denn das Ding hier? Oh, da. Oh. Easy peasy? Oh, nee. Ich habe mich da ein bisschen zu früh... Oh, ist das toll. Oh! Wow, wow, wow. Wow, 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 oh, oh, oh. Oh, nee, 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 nein. Ah! Schade, schade. Aber jetzt machen sie hier einen auf Angriff oder was? Können sie knicken. Aber hey, also vier Goldies, ne? Vier Goldies. Ich bin happy. Ich bin über diesen Ausgang sehr, sehr froh. Was anderes brauche ich hier nicht. Ach, das ist wirklich toll. Ne, das ist... Oh, ist das herrlich. Vier tausend Kristalle. Schönen Dank auch. Oh, mein Gott. Habe ich eigentlich auf Aufnahme gedrückt? Das glaubt mir sonst keiner. Wenn ich sage, ja, 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 ja. Ich, ich, ich bin der Goldboxfänger. Ach, Mann. Ach, Mann, Mann, Mann. Ja, schade, dass die alten Zeiten vorbei sind. Ich glaube, ich hätte einfach einen Herzstillstand bekommen bei vier Goldboxen. Vor allem, wenn du die auch noch nacheinander so fängst, ne? Teilweise. Hm. Ich wäre, ich wäre, ich wäre im Krankenhaus. Ach ja, sehr, sehr schön. Ja, gut, dass man, dass man über die Jahre so ruhig geworden ist. Ne? Das ist schon, das ist schon gut. Team, jetzt aber hier mal ein bisschen Dalli-Dalli, ne? Oh, Megagoldbox. So. Oh, da hinten sogar. Oh, da müssen wir aber jetzt flott sein. Oh mein Gott. So. Ui, 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 ui. Ah, das wird, das wird, das wird, also wenn überhaupt. Ah, nee, das ist, das ist viel zu weit weg. Das ist viel zu weit weg. Ja, bis ich hier bin, ne? Ist halt einfach mal Weihnachten. Moin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Let's go, let's go. Oh, ich muss, ich muss mich mal hier hinter die Mauer begeben und dann da und jetzt beten. Ich mach mal hier nochmal so einen kleinen Abgang. Und damit haben wir die erste Fliege fürs Team geholt. Yay. Oh, sehr, sehr schön. Ey, Mann, 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 Mann. Wirklich, ich weiß nicht, wann TO das letzte Mal so viel Spaß gemacht hat, aber irgendwie das Ding hier, vielleicht liegt es einfach an der Farbe, das kann schon sein. Habt ihr das eigentlich mal ausprobiert? Sakura draufzunehmen und mal schauen, ob ihr dann besser spielt? Ich glaube, ich hab's jetzt hier empirisch bewiesen. Ein Versuch reicht, ne? Das reicht. Ein Match reicht. So, Punkt. Das Experiment ist damit geglückt. Nee, aber ey, das ist also... Es läuft gut hier. So, kann man nichts sagen dagegen. Das ist ja wirklich vom Feinsten hier. Ja, komm, jetzt nimm doch mal... Mann, Mann, Mann steht da da rum. Ich mein, was willst du hier taktisch spielen? Hä? Denkst du, du bist ein Profi oder was? Ich glaub auch. Ja, guck mal. Ich spiel jetzt auch taktisch, ne? Ich hab nicht die Flagge genommen, damit ihr bloß nicht noch mehr bekommt von mir. Aber ich mein, wenn wir das Ding jetzt hier einfach noch fünf Minuten runterrocken können, mit 1 zu 0 gewinnen, das ist in Ordnung. Also, ich habe nichts dagegen. So, komm. Ich seh deinen Lauf da hinten. Ah, Mann, Mann, Mann. Oh, 100 Schaden, 100. Ja, da kann ich aber... Kann ich lange auf den da feuern. Aber ich mach das trotzdem. So, wie wär's, wenn wir den hier jetzt auch noch nehmen? So, dann hauen wir mal auf den da. Ah, Mist. Goldi? Wo? Schauen wir mal ganz kurz. Ich geh zurück. Oh, bei uns in der Base. Ja, da müssen wir jetzt mal aufpassen hier. Da müssen wir mal ganz kurz ein bisschen aufpassen. Ich könnte, ich könnte... Da, da fehlt sie ja schon. So. Ja, ich könnte, ich könnte, ich könnte. Hätte, hätte Fahrradkette. Äh... Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch! Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Das war meine. Na, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Oh, da schießt jemand auf mich. Hui! Hallo? Hallo? Gut, immerhin noch mal zwei Treffer. Immerhin ihm noch mal zwei Treffer gegeben. Und jetzt noch immer hier gute vier Minuten aushalten. Gute vier Minuten und dann haben wir es. Ey, aber dass da so viele Goldis gefallen sind, da war eine gute Idee, hier reinzugehen. War schon, war schon nicht, war schon nicht schlecht hier. So. Schauen wir mal. Ups. Jawoll! Den haben wir dann ganz kurz mal hier geklaut. Okay. Dann hätte ich geklaut. Der hat es auch nicht geschafft. Oh, Mann, Mann, Mann. Ist das toll. Ist das toll hier. Ist das toll. So, die werden wir jetzt mal ganz kurz aufhalten. Können sie machen, was sie wollen, aber die werden aufgehalten. Aha. 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 Oh, 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 oh. Das muss ich mir, das muss ich mir klauen. Ja, nee, das wird nichts mehr. Oder? Na, schade, 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 schade. Aber gut, dann hau ich auf ihn rauf, damit es ihm so wenig wie möglich noch was bringt. Oh, jetzt haben sie... Nein, sehr schön. Hat einem das Ding gut geklaut. Wunderbar. Tja, das war's. Der Goldburgsregen ist vorbei, aber ey, also... Nice. Ich beschwör mich nicht. Ne, das Ding ist halt zu meiner Zufriedenheit hier gerade verlaufen. Oh, jetzt sind leider viel zu viele Leute hier hinten. Ja, hallo. Oh, ne Megagold. So, wo, 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 wo? Okay, da. Ah, sieh mal eine an. Da ist etwas für mein kleines privates Vergnügen hier. So. Ah, die werden da springen, ne? Die werden von der Seite da springen. So, ich werde einfach mal... Guck mal, ich mach jetzt hier einen auf Profi. Schade, schade, schade. Jungs, ihr müsst jetzt hier so gut es geht verteidigen, ne? Oh, sehr, sehr schön. Denn, wenn ihr verteidigt... Und ich hier mit der Flagge abhaue... Wo ist denn der? Äh. Der muss es jetzt... Schade. Aber ich muss jetzt auch mit der Flagge zurück, ja. Ah, Goldbox. Ich hoffe, ich hoffe, da ist jemand so verrückt und fährt jetzt mit der Flagge dahin. Aber ich werde die Flagge definitiv nicht abgeben. Da wird die Flagge gedroppt. So. Ja, aber jetzt wird es halt ein bisschen tricky hier, ne? Ein bisschen... Müssen wir mal gucken. Wenn die jetzt hier einen guten Angriff starten, dann habe ich leider das Nachsehen. Aber jetzt... Jetzt fallen hier die Goldboxen, oder was? Ach, Mann, 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 Mann. Das ist ja richtig schade. Das ist ja richtig schade hier. Na gut. Egal, aber ich will das jetzt hier eigentlich nicht nochmal zu einem Unentschieden... What? Sag mir nicht, da hat jemand... Come on. Also wirklich. Also das... Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Da wollen sie hier lieber auf irgendwelche Goldboxen gehen, statt nochmal eventuell hier das Unentschieden rauszuholen. Ja, ja, ja. Ist okay. Ja, was hat die das jetzt gebracht? Erzähl mal. Ich bin gespannt. Ja, schade. Sehr, sehr schade. Also mal nochmal 10.000 Kristalle oben drauf, das wäre schon richtig cool gewesen. Aber... Okay, was soll's. Man kann nicht alles haben, aber ich habe immerhin einiges bekommen, ne? So. So kann man das stehen lassen. So kann man das stehen lassen. Sehr, sehr schön. Ach, Mann, Mann, Mann. Ist das herrlich. Ist das herrlich. Und dann auch noch mit dieser tollen Farbe hier. Ja, nicht schlecht. Nicht, nicht schlecht. Und ich habe ja auch für mein... Ich bin mal gespannt. Ich möchte jetzt eigentlich nicht gucken, was ich hier am Ende gerissen habe. Ich bin da... Ich bin da mal sehr gespannt. Ich gucke mir das dann gerne mal an, wo ich dann hier gelandet bin. In der... In der Wertung hier. In der Teamplatzierung. Das würde mich jetzt mal sehr interessieren. Vielleicht nochmal eine Abschluss-Scoldi? Nö, nö, nö. Keine Abschluss-Scoldi? Na gut. Also, jetzt immerhin 2-0 gewonnen. Mein Team kann sich glücklich schätzen, dass sie mit mir hier gespielt haben. Aber ansonsten... Ähm... Ansonsten wäre das nichts geworden. So. Okay, na dann mal schauen. Natürlich, natürlich. Ich habe zwar nur 17 Kills gemacht, aber dafür immerhin ein bisschen was für das Team gemacht. Sogar gewonnen. Also wirklich, die können sich glücklich schätzen, dass sie mit mir hier spielen durften. Leider keine Mega-Gold-Gefangenen. Das blieb mir leider verwehrt. Dieses Glück. Aber dafür immerhin das ein oder andere Teil bekommen. Also, ich bin zufrieden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich für meinen Teil bin zufrieden mit dem hier. Okay. Ja, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht das gut oder auch besser. Rünja und ist ja klar. Wir sehen uns im nächsten Teil. Euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. 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 Ciao.